Und aus den Dings da kannst du halt, glaub ich, auch... Ne, daraus bekommst du Schweiße. So, das hab ich jetzt, äh... Ich brauch wieder Stahl. Kann man mit meinem Schirm nicht Kohle herstellen? Ja, kann man. Stahlkoll kann man aus Verbonen. Haben wir doch. Was hatte ich gerade alles für Dings ausgegeben? Verbonen, 64. Heißt, es kommen vier raus. Ja, ich brauch ganz viel, äh, wegen den... Sachen zum Herstellen. Hm? Nicht? Brauch ich da? Ich brauch acht. Kann ich da mehr herstellen? Sieben. Acht. Ja. Warum stellst du nicht gleich Stahl her? Ja. Weil ich erst mal die Kohle hergestellt hab. Das sind jetzt 18 und 16, da krieg ich ein, zwei, drei, vier raus. Das reicht aber nicht. Hm. Das reicht noch nicht. So, jetzt kann ich gerade mal das herstellen. Jetzt brauche ich noch mal welches. Das ist das hier. So. und gold brauche ich auch noch ganz viel ja gold weiß ich nicht wie ich es erstellen kann oder du könntest dich aber da mal damit beschäftigen das portal fürs die dark zu machen da kriegt man noch glaube gold doch normalerweise kriegt man dort alle ärzte ran gut hat sich schon erledigt warum gibt es gar nicht weil das portal ist deaktiviert ach scheiße gibt es nicht irgendein anderes portal Temporal Laboratorie Temporal Atzel Dingsbums Portable Crafting Gut Item Output Port Ja gut Ja gut 2 Dimensionale Small Block Dimensionale Chess Dimensionale Transreceiver Dimensionale Anchor Rf Tools 1 Buch und 4 Redstone Shit 3 Kohle Das nützt alles nichts Ich komm nicht weiter Shit, Shit, Shit Hier hab ich auch nichts Hier hab ich auch nichts Die war leer Da fehlen wieder Steinexte Oh meine Güter Da brauche ich auch wieder Stahl dafür Wie kann man Steine noch herstellen? F, E und C 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 C haben wir kaum noch was Na wie kommt man an C Moment Ne Ne das war O C Ach das ist das orangene C Das ist Carbon Holz Kohle Oder Allgemein Kohle Äh Sissi Jetzt kommst du mal bitte hier hinter Ja Und guckst dir bitte mal die Kiste hier an Guck mal Ich weiß Ich hab aber keine Lust das durchzumachen Wingsn Und ich glaube ich gehe jetzt dann auch mal ins Bett Weil ich bin hundemüde Alles klar Und hört sich Gute Nacht Tschö Ja Tschö Hat keine Lust Sehr gut Naja So Ähm Wohaus bekommt man jetzt eigentlich noch mal Carbon Carbon bekommt man Achso aus Holz Na ja aus Holz Kohle hat sie doch gesagt bin ich bescheuert Ich krieg die Gläser Ich krieg die Gläser 29 29 29 Dabei bin ich nämlich auch gerade Ja Weil Gerade mal bin ich wie wert ich bin Richtig 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 krass Ich Hörs Tun Ähm Ich meine Die ganze Zeit hier vorzurocken Oh Lul gibt das viel Carbon Was Holz Kohle Oh Äh Ja gut Was wollte ich jetzt damit herstellen Äh Äh Ich glaube Stahl Ja Stahl Äh Eisen und Dings Ja Na 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 ich verfolge gerade was ganz andere Andere Diese Dicht 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 Da Dicht Warum bin ich so müde? Ich habe mich gestern einfach so ins Bett gelegt und zwei Sekunden der Nacht bin ich angeschlagen. Hattest du die Woche viel Stress? Ich habe vielleicht eine Arbeit geschrieben, aber das war kein richtiger Stress. Ich war richtig brain-up. Ja, ist halt eine Arbeit. Ich strenge mich halt an und das war's dann. Da habe ich gedacht. War kein richtiger Stress. Stress ist richtig aufgeregt. Wenn ich die jetzt kacke, also zum Beispiel. Ja, also wenn ich viel Stress habe, dann bin ich halt auch immer immens müde. Dann und das mit mir abends ohne Stimme anzufangen. Mach niemals während der Schule. Ich habe jetzt 17 Stahl. Das reicht fürs erste. Jetzt kann sie sich nicht mehr beschweren, jetzt haben wir mal 15 Stacks Carbon. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Das müsste... Ich brauch sogar was zu werden. Egal. Ich will uns jetzt hier unten eine Luftblase machen. Wir haben so viel Holz bei uns unten, dass wir Holzkohle herstellen können. Das ist ja abnormal. Jetzt haben wir noch 9 Stacks Holzblöcke. So. Oxygen Barrel. Nein. Nein. Da. Ich brauch so ein Fan Ding nochmal. So. Das hab ich zweimal. Das hab ich. Das brauch ich jetzt noch einmal. Und jetzt brauch ich nochmal 4 Stahl. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Carsten Stahl. Ja. So. Und dann brauch ich Leafs ohne Ende. Also für den Oxygen Bubble Dings. Da muss ich dann hier hinten nochmal ein bisschen ausbauen. Denn je größer die Bubble umso besser. So. So. Oxygen Bubble Dings. So. Perfekt. Ich muss den anders setzen. Ernsthaft? So. Du hast dieses ganze Rest gemacht, ne? Mit dem Diamantblock. So. Ja. Okay. Warte. Ich hab eine Luftblase. Ich bin mal gespannt, wie groß die wird. Und mit der Tier 3 Rakete kommst du hier mal hin. Ich glaub schon. Warte mal. Warte mal. Wir gehen mal zu den äußersten Planeten. Blut. Warte mal. Warte mal. Die Rocks? Na? Komm mal raus. Seeitte bisschen merkwürdig aus. Na? oh jetzt ist sie weg hier war gerade ein stück der bubble draußen ist aus jetzt ob da wasser überall raus läuft die ist wieder weg scheiße verstehe aber warum hat kein oxygen mehr ernsthaft ich brauche mal liefst da werde ich aber beim nächsten mal machen da muss ich einiges umbauen das da rein, das da rein, holzkohle machen wir da unten rein das da rein, das kann hier rein, das kann da rein so jetzt kann ich jetzt kann ich die tier 3 rakete machen ne warte mal ich brauche hier erstmal die cargo rakete scheiße genau ah man aber egal dafür brauche ich ich bin auch schon soweit dass ich die herstellen könnte sehr heavy duty plate, das ist ja nicht schlimm ich die duty plate ist hier habe ich iron presser ja gut dafür brauche ich 1,2,3,4,5 ein stück also nur noch 6,6 4 Bis zum nächsten Mal.